Tom Messervilla, Pista Bauen und konstruieren sind zentrale Elemente in Tom Messervillas Malerei. Viele seiner Bilder erzählen davon. Wir sehen zum Beispiel Raumschiffe, die Landschaften transportieren, Wege und Treppen, die nach oben und unten führen, Verschachtelte Systeme und kulissenartige Elemente, die etwas Fantastisches haben. Sein Zeichenprojekt Pista entsteht auf der Basis einer Rampe, ca. 8 x 2 Meter, die von vorne und seitlich zugänglich ist und so die Betrachtung der Gesamtkomposition von verschiedenen Blickpunkten aus ermöglicht. Gezeichnet wird mit Kohle auf die Rückseite von grundiertem Rollrasen. So entsteht ein eigenwilliger Bildraum, der uns einlädt, darin einzutauchen. Erleben können wir ein Panorama mit einem enormen Berg, zahlreichen technischen Modulen wie Sesselliften, Tal- und Bergstationen sowie präparierten Pisten. Im Raum stellt Pista die Frage nach der Perspektive aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Tom Merzavilla, geboren in München, studierte dort freie Kunst und Malerei an der Akademie der Bildenden Künste, erlebt und arbeitet auch hier. Vielen Dank. Vielen Dank.